Im heutigen Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du als Schüler bis zu 100 Euro am Tag verdienen kannst, wenn nicht eigentlich sogar mehr. Was genau möchte ich dir heute hier in diesem Tutorial zeigen? Ich möchte dir in diesem Tutorial unterschiedliche Wege zeigen, wie ich persönlich weit mehr als 100 Euro als Schüler am Tag verdient habe und wie du meinen Prozess kopieren kannst und selbst auch 100 Euro oder sogar mehr Euro am Tag zu verdienen. Also kommen wir zur ersten Plattform, die ich dir hier wirklich vorschlagen kann. Und diese Plattform nennt sich BlogMission. Was genau macht BlogMission? BlogMission nimmt deine Blogs und vermarkte dann diese Blogs für dich. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen guten Artikel schreibst, kann es gut sein, dass sie diesen Artikel vermarkten, an zum Beispiel Zeitungen verkaufen, an andere Leute verkaufen und diese geben dann praktisch dir und der Plattform BlogMission Geld. Und das Gute bei BlogMission ist das folgende. Du musst dich wirklich nur auf die Erstellung vom Content konzentrieren. Heißt also, du erstellst den Artikel, schickst ihn an BlogMission und diese vermarkten dann den Artikel für dich. Wie viel kann man in den meisten Fällen mit so einem Blogartikel verdienen? Ich sage jetzt mal so ungefähr 20 bis 30 Euro ist relativ normal. Natürlich gibt es auch Artikel, die vielleicht nur ein paar Euro machen, einige vielleicht sogar ein paar Cent. Dafür wird es aber auch wieder andere Artikel geben, die vielleicht 40, 50, 60, 70, 80 Euro machen. Warum genau solltest du das Ganze tun? Weil nämlich 20, 30 Euro ist ja nicht genug, das ist ja nicht 100 Euro am Tag. Ich gehe davon aus, dass du mindestens zwei bis drei Artikel am Tag schreiben kannst mit hoher Qualität. Wir gehen davon aus, dass wir vielleicht pro Artikel einen Zeitaufwand von sagen wir mal vielleicht zweieinhalb Stunden haben. Das heißt, wenn du im Durchschnitt mit einem Artikel 30 Euro verdienst, dann müsstest du drei Artikel am Tag schreiben. Das wären siebeneinhalb Stunden. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Aber wenn du schneller bist, wie gesagt, kannst du noch sehr, sehr viel mehr verdienen als nur 100 Euro an einem Tag. Und es gibt viele Plattformen, die genau so einen Service anbieten. Blogmission ist eine von diesen Plattformen. Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und diese Plattform nennt sich Textbroker. Viele von euch haben sicherlich schon mal von Textbroker gehört. Und es gibt ja zum Beispiel ein Video von Kapitalvermehrer. Das ist ein YouTube-Kanal, der über das Thema schon mal gesprochen hat und den Selbstversuch gemacht hat, wie viel er tatsächlich hier mit Textbroker verdient hat. Und er hat acht Stunden gearbeitet und am Ende nur 43 Euro rausbekommen. Und das hat einen sehr simplen Grund. Nämlich hier auf Textbroker wirst du praktisch in Sterne eingeteilt. Nämlich es gibt natürlich Ein-Sterne-Autoren, Zwei-Sterne-Autoren, Drei-Sterne-Autoren, Vier-Sterne-Autoren und Fünf-Sterne-Autoren. Die meisten Leute sind relativ faul, muss ich ehrlich sagen, und schicken dann, wenn sie sich bei dieser Plattform vorstellen, nicht ihren absolut besten Artikel dorthin. Den Tipp, den ich dir geben kann, weil ich bin übrigens ein Fünf-Sterne-Autor hier auf Textbroker, oder ich habe früher auf Textbroker geschrieben. Wenn du bei Textbroker anfangen möchtest und gutes Geld mit Textbroker verdienen möchtest, dann musst du Fünf-Sterne erreichen. Dies ist sehr schwer, kann ich jetzt schon mal sagen, aber es könnte sich lohnen. Wenn du also wirklich einen unfassbar guten Artikel schreibst, lass ihn vielleicht nochmal von einem Experten drüber schauen, vielleicht deinem Deutschlehrer, wenn du, wie gesagt, noch in der Schule bist, oder vielleicht jemand, der sich wirklich gut auskennt mit Journalismus, lass über den Artikel drüber gucken, weil diese Plattform will nur ein einziges Mal von dir so einen Artikel haben, oder so ein, sag ich jetzt mal, ein Werk haben. Sie wollen erstmal ein bisschen über dich lernen und über deine Schreibkünste, und anschließend werden sie dich nie wieder nach irgendwelchen Dingen fragen. Das heißt, wenn du einmal einen richtig, richtig guten Artikel geschrieben hast, dann wirst du als Fünf-Sterne-Autor eingeloggt und bist dann für immer ein Fünf-Sterne-Autor. Ich kann dir also wirklich nur empfehlen, Textbroker zu verwenden. Wie genau funktioniert denn eigentlich die Plattform? Dort gibt es Auftraggeber, diese Auftraggeber schreiben dich an, beziehungsweise du schreibst die Auftraggeber an. Die geben dir dann Aufträge, zum Beispiel einen Werbetext zu schreiben, oder zum Beispiel eine Short-Story zu schreiben, oder möglicherweise eine Übersetzung anzufertigen. Und das, wie gesagt, machst du dann und wirst dann für diese Übersetzung, für diesen Text, wirst du bezahlt. Wie viel Geld kann man so mit einem Artikel verdienen? Also ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu sagen. Manchmal sind es nur ganz kurze Texte, manchmal sind es sehr lange. Man kann mit einigen Texten vielleicht ein, zwei Euro gerade mehr verdienen, mit anderen kannst du gerne 30, 40, 50, 100 Euro verdienen. Wenn du, wie gesagt, mehrere von solchen Artikeln am Tag schreiben kannst, die vielleicht 30 Euro bringen, dann, wie gesagt, 30 Texte schreiben, die 30 Euro bringen, dann kannst du hier bei drei Texten auch definitiv 100 Euro am Tag verdienen. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, aber wie kriege ich denn das als Schüler hin? Ich meine, ich war auch, ich muss dir sagen, Deutsch war mein schlechtestes Fach in der Schule. Viele Leute werden jetzt sagen, okay, Leon, was war denn deine Note? Ich hatte am Ende zwölf Punkte. Das war, wie gesagt, mein schlechtestes Fach. Wenn du jetzt sagst, du alter Streber, hast du vielleicht recht. Aber Deutsch war mein schlechtestes Fach. Ich war immer eine Person, die nicht besonders gut schreiben konnte. Ich habe nie, meistens hat meine mündliche Mitarbeiter es rausgerissen, weil meine Klausuren habe ich meistens ziemlich verhauen in Deutsch. Das war das einzige Fach, was ich wirklich überhaupt nicht konnte. Irgendwie habe ich es dann dennoch immer noch auf elf, zwölf Punkte geschafft. Aber wie gesagt, wenn du annähernd gut in Deutsch bist und annähernd, sag ich jetzt mal, Artikel schreiben kannst, dann, wie gesagt, ist Textbroker für dich eine super Plattform und dort kannst du dann auf jeden Fall Geld verdienen. Jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn du nicht als Fünf-Sterne-Autor, sag ich jetzt mal, dort aufgenommen wirst. Dann ist es auch kein Problem. Ich würde bloß nicht als Drei-Sterne oder drunter für diese Plattform schreiben. Nämlich zum einen sind da die Aufträge sehr, sehr wenig. Du kannst zum Beispiel als Drei-Sterne-Autor keinen Vier-Sterne-Auftrag annehmen. Du kannst als Vier-Sterne-Autor keinen Fünf-Sterne-Auftrag annehmen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du Drei-Sterne bist, kannst du nur Drei-, Zwei- oder Ein-Sterne-Aufträge annehmen und die sind meist sehr, sehr unprofitabel. Heißt also, mein persönlicher Tipp an dich, auf jeden Fall probiere, ein Vier- oder Fünf-Sterne-Autor zu werden. Mit Vier-Sternen wird es relativ schwer, 100 Euro am Tag zu verdienen. Es ist definitiv möglich, aber schwer. Mit Fünf-Sternen ist es sehr, sehr einfach, 100 Euro am Tag mit Textbroker zu verdienen. Kommen wir dann zur nächsten Plattform und diese nennt sich Checktutors. Checktutors ist eine Plattform, die vor allen Dingen eines tut, sie ist dazu da, dass Schüler, vor allen Dingen im asiatischsprachigen Bereich oder in Asien, sage ich jetzt mal, von dir lernen. Zum Beispiel, wenn du Englisch unterrichten kannst oder Business Development unterrichten kannst oder Mathematik unterrichten kannst oder was auch immer, dann kannst du dich hier auf Checktutors anmelden und kannst praktisch Kinder aus der ganzen Welt, vor allen Dingen natürlich aber aus Asien, unterrichten. Was genau ist denn hier eine profitable Sache? Also mit was kannst du hier wirklich gutes Geld verdienen? Vor allen Dingen mit Mathe und mit Englisch. Dies sind so zwei Sachen, die wirklich profitabel sind. Du kannst natürlich aber auch andere Dinge hier beibringen. Du kannst Dinge, die sehr viel praktischer sind, beibringen. Du kannst auch, sag ich jetzt mal, Universitätsmathematik, was auch immer beibringen. Aber viele Schüler hier auf dieser Plattform sind nicht unbedingt Cracks in dem, was sie lernen wollen. Zum Beispiel, ich hatte früher mal auf dieser Plattform Mandarin Unterricht gegeben, weil ich ja, wie gesagt, in China gelebt habe und mein Mandarin ist eigentlich sehr, sehr flüssig. Und ich konnte dann, wie gesagt, hier Unterricht geben. Leider kriegt man nur ungefähr 20 Euro pro Stunde. Das ist für viele sicherlich von euch da draußen doch relativ viel Geld. Für mich war es dann, was dann leider nicht. Aber nehmen wir es mal an, eines Tages würde mein Unternehmen komplett zusammenbrechen und ich würde keine tolle neue Business-Idee haben und ich würde nicht wissen, was ich mit mir anfangen soll. Dann, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall Check verwenden und dort, wie gesagt, nochmal Sachen beibringen, weil ich habe, glaube ich, im ersten Monat irgendwas um die 800, 900 Euro verdient, im zweiten Monat schon 1400 und dann habe ich irgendwann abgebrochen, weil es, wie gesagt, für mich doch relativ viel Aufwand war und da mein Unternehmen sehr, sehr viel profitabler war. Also ich habe damit angefangen, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren oder so. Genau, also CheckTutors ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Plattform, die ich dir empfehlen kann, 20 Dollar pro Stunde. Wenn du fünf Stunden unterrichtest, bumm, hast du 100 Dollar beziehungsweise wenn du noch eine Stunde weiter unterrichtest, hast du dann 100 Euro. Heißt also, du kannst gerne in sechs Stunden hier auf jeden Fall 100 Euro am Tag machen. Du musst, wie gesagt, aber auch so viele Schüler bekommen. Das heißt, du musst jeden Tag es schaffen, sechs Stunden zu unterrichten. Das ist meines Erachtens möglich. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, kann definitiv Arbeit von neun, zehn Stunden sein, wenn du dich auf jede Stunde vorbereiten musst. Zum Beispiel, ich habe komplett alles improvisiert. Ich habe mir zum Beispiel einfach mein Curriculum, und das mag vielleicht ein Talent sein, ich habe einfach mein Curriculum in meinem Kopf überlegt, habe mir die Übung direkt überlebt, überlegt und habe es dann live wiedergegeben. Also wie gesagt, Improvisation ist meine Stärke. Wenn du dir sagst, okay, ich bin auch richtig gut in Improvisation und ich muss mich nicht vormreiten, darauf einer Person etwas beizubringen, dann, wie gesagt, ist Check für dich super, weil du dann halt wirklich nur für jede Stunde bezahlt wirst und nicht noch Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter und so fort machen musst. Dann noch ein weiterer Punkt, den ich dir natürlich empfehlen kann, oder eine weitere Plattform, ist natürlich Shopify beziehungsweise eBay. Wenn du zum Beispiel Produkte über, sagen wir mal, AliExpress einkaufst, also AliExpress.com. Und diese Produkte sind meist sehr billig und verkaufen sich in der westlichen Welt für sehr viel mehr Geld, kannst du natürlich die Margin, also praktisch der Unterschied, den Unterschied zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis, kannst du dir dann einsacken. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du kaufst einen Hüpfball. Du kaufst einen Hüpfball aus China, der wird geliefert und der kostet dich vielleicht 4 Euro oder 4 Dollar. Und dann verkaufst du ihn für 15. Was ist deine Margin? Na klar, 11. Das heißt, du würdest 11 Euro in diesem Fall verdienen. Wenn du 9 Sales am Tag machst, bist du auch schon bei 100 Euro, beziehungsweise bei 99 Euro, aber ich möchte jetzt mal nicht so kleinkariert sein. Also wie gesagt, du würdest bei 9 Sales mit diesem Hüpfball am Tag, klar, 100 Euro machen. Und wir gehen natürlich nicht nur davon aus, dass du ein einziges Produkt hast, sondern möglicherweise hunderte, vielleicht sogar tausende Produkte. Wie genau funktioniert dieses ganze Konzept hinter Shopify? Also für all die Leute, die sich für Shopify interessieren, ihr könnt gerne auch euch meine Kurse zu dem Thema anschauen. Ich mache auf jeden Fall einen Link zu meinem Shopify-Meisterkurs nochmal in die Videobeschreibung. Ist wie gesagt ein gigantischer Kurs, ist der Bestseller auf Udemy, über 2400 Schüler. Kann ich dir also wie gesagt nur empfehlen. Und in diesem Kurs, wie gesagt, zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Shopify-Store aufbauen kannst. Der Kurs kostet gerade mal 9,99 Euro, wenn du ihn über den Link unten kaufst. Und wie gesagt, wenn du das, da wirst du zum einen erstmal kein Geld verschwenden. Und zum anderen, wenn dir dieser Kurs nicht gefällt, kannst du übrigens auch innerhalb von 30 Tagen dein Geld zurückbekommen. Das heißt, ja, wie gesagt, du hast absolut gar kein Risiko und lernst richtig viel. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema Shopify. Also wie kann man mit Shopify gutes Geld verdienen? Du baust einfach eine Verbindung auf zu AliExpress, importierst dann Produkte von AliExpress in deinen Shopify-Store, wenn du Shopify-Dropshipping machst. Und wenn dann Leute in deinen Shopify-Store gehen, was praktisch ein Online-Geschäft ist, wenn Leute dann auf diesen Store draufklicken und sehen, du verkaufst Produkt XY, kaufen das von dir, anschließend geht diese Order, das heißt, dieser Auftrag geht direkt nach China zu der Person oder zu der Firma, die das Produkt hergestellt hat. Und dann wird dieses Produkt XY, das die Person in deinem Store gekauft hat, wird dann direkt zu der Person geschickt, ohne dass du jemals das Produkt überhaupt entgegennehmen musst. Das, wie gesagt, ist dieses sogenannte Dropshipping-Modell. Das ist also eine Sache, die ich dir auf jeden Fall nochmal ans Herz legen würde. Ganz klar würde ich dir auch nochmal hier eBay ans Herz legen. eBay ist immer ein sehr einfacher Weg, Geld zu verdienen. Ich kann dir nur empfehlen, auch mit eBay ein Dropshipping-Business aufzubauen. Das, wie gesagt, lohnt sich meines Erachtens immer noch heute. Vor allen Dingen, weil deutschsprachige Markt noch nicht so überflutet ist, wie der englischsprachige Markt. Also, wie gesagt, starte einfach, nimm Produkte, pack sie auf eBay, kannst sie auch gerne dropshippen, wenn du einen Supply hast, wenn du eine Person hast, die es dir relativ schnell schicken kann, weil zum Beispiel über AliExpress dauert es meistens mindestens 15 Tage, bis die Produkte dann beim Kunden ankommen. Wenn du eBay-Dropshipping machst, dann, wie gesagt, würde ich mir vielleicht einen Supplier holen, der in der Nähe ist, zum Beispiel in Polen, zum Beispiel in Bulgarien oder zum Beispiel in Tschechien. Dort kann man zum Beispiel sehr billig Produkte produzieren lassen und wenn du die, dann, sag ich jetzt mal, diese Firma dazu bringst, mit dir zu dropshippen, dann kannst du, wie gesagt, auf eBay deine ganzen Produkte hochladen und sobald jemand auf eBay kauft, gibst du einfach nur diese Bestellung an den Supplier weiter und der schickt dann das Paket an den Kunden. Also, wie gesagt, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Kommen wir dann zur nächsten Plattform und diese Plattform nennt sich AdClick. Ich habe auch schon gesehen, dass hier einige relativ große Online-Marketer sich das Ganze schon mal angeschaut haben und hier ihre Produkte langsam launchen. Nämlich AdClick ist sehr interessant. Du kannst mit AdClick Geld verdienen, indem andere Leute auf Werbung klicken, die du teilst. Wie genau funktioniert das Ganze? Wir haben hier halt sogenannte Partnerprogramme. Wir können uns mal diese neuen Programme hier gerne anschauen und was hier passiert, ist das Folgende. Du kannst hier zum Beispiel sehen, dass wenn du zum Beispiel diese Werbung hier teilst, nehmen wir zum Beispiel an in Facebook-Gruppen, dann kriegst du, wenn eine Person draufklickt, 15 Cent. Wir können hier mal schauen, wie viele Klicks du bräuchtest, damit du tatsächlich 100 Euro verdienen würdest. Das heißt, es wäre 100 geteilt durch 0,15 und das wären praktisch 666 Klicks am Tag. Ist ziemlich viel, das gebe ich auf jeden Fall zu. Wenn du aber zum Beispiel schaffst, dazwischen noch ein paar Leads vielleicht zu generieren oder zum Beispiel hier, wie gesagt, Leads zu generieren für 2 Euro pro Lead, dann kann sich das Ganze auf jeden Fall lohnen. Es gibt hier auch nochmal Programme, die pro Lead 10 Euro zahlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel für die eine einzige E-Mail-Adresse generieren würdest, würden die dir 10 Euro geben. Generierst du für die Leute 10 E-Mail-Adressen am Tag, bumm, hast du schon 100 Euro verdient und da sind deine 100 Euro am Tag. Und ich glaube, 10 E-Mail-Adressen kann jeder generieren. Ich würde es einfach an meine Freunde bei Facebook weiterschicken und würde sagen, könntest du nicht vielleicht da deine E-Mail eintragen. Ich würde dann 10 Euro dafür bekommen und die meisten Leute sind natürlich sehr gewillt, dies zu tun oder zum Beispiel erstelle einfach. Und das ist nicht die feine englische Art und so sollte man es nicht machen. Aber du kannst natürlich auch einfach haufenweise E-Mail-Accounts erstellen und dann praktisch über diese E-Mail-Accounts, diese Leads kannst du dann praktisch eintragen und damit dann Geld verdienen. Kommen wir aber zu der nächsten Plattform und das ist dann Udemy. Udemy ist auf jeden Fall eine Plattform, die sich auch lohnt. Auf Udemy kannst du online Kurse publizieren und wenn du dort relativ viele Kurse publizierst, ist es ziemlich einfach, 100 Euro am Tag zu generieren. Zum Beispiel auf der Plattform Udemy an sich habe ich sehr, sehr viele Kurse. Ich müsste mehrere hundert Kurse auf dieser Plattform haben und wenn du jetzt hier zum Beispiel meinen Namen eingibst, dort kannst du übrigens dir auch meinen Shopify-Kurs kaufen. Wenn du hier meinen Namen eingibst, dann siehst du praktisch all diese Kurse und ich scrolle jetzt einfach mal hier ein bisschen runter und du siehst zum Beispiel, hier haben wir den Kryptowährung-Meisterkurs, einen 10,5 Stunden Kurs, dann daneben den Facebook-Marketing-Meisterkurs, 20,5 Stunden, dann daneben einen Blogging-Masterclass, einen Bitcoin-Kurs, dann nochmal eine Cryptocurrency-Masterclass, Kurse zum Thema Kora-Marketing, Facebook-Werbeanzeigen-Meisterkurs und so weiter und so fort und ich habe sehr, sehr viele Kurse auf der Plattform und es hat mich auch relativ lange Zeit gekostet, lange Zeit gedauert, diese ganzen Kurse zu erstellen, aber jetzt nach praktisch zweieinhalb Jahren generiere ich in den meisten Fällen mit Udemy, sagen wir mal, 700 Euro ungefähr am Tag und das, wie gesagt, lohnt sich dann doch sehr. Also ich meine jetzt nur von diesem einen Account hier, ich habe relativ viele Accounts auf der Plattform und ich bilde natürlich auch noch andere Leute aus, das heißt, nur von diesen 45 Kursen generiere ich ungefähr 700 Euro am Tag, kannst du also wirklich nur empfehlen. Dann, die letzte Plattform, über die ich mit dir gerne sprechen möchte, ist Medium. Viele von euch haben vielleicht schon mal von Medium gehört, Medium ist eine Plattform, auf der du Artikel schreibst und normalerweise verdienst du halt mit diesen Artikeln absolut gar kein Geld. Du publizierst einfach diese Artikel und kannst dann Leute dazu kriegen, zum Beispiel für diesen Artikel zu klappen, was praktisch bedeutet, dass sie dir ein Like auf den Artikel geben. Es gibt aber auch ein Programm, das jetzt Medium gelauncht hat, wo du mit Geld verdienen kannst. Wie genau nennt sich dieses Programm? Dieses Programm nennt sich die Medium Open Paywall. Das heißt, wenn du jetzt einfach auf Google gehst und du gibst ein Medium Open Paywall, dann wirst du sicherlich diese Seite hier finden. Und ich persönlich bin bereits Autor hinter der Medium Open Paywall und ich verdiene mit den meisten von meinen Artikeln circa 10 bis 20 Euro. Ich habe früher mal mehr verdient, muss ich ehrlich sagen. Im Jahr 2017 haben die Artikel, sag ich jetzt mal, mehr gemacht. Aber dann sind immer mehr Autoren auf die Plattform gekommen und es ist einfach weniger geworden. Dennoch 10 bis 20 Euro am Tag. Wenn du zum Beispiel 5 Artikel am Tag schreibst, ist es definitiv möglich, um die 100 Euro zu verdienen. Ich würde aber eher vielleicht noch mehr Artikel schreiben. Zum Beispiel 10 Artikel am Tag hört sich irre viel an, was es auch ist. Aber wenn du wirklich gewillt bist, sag ich jetzt mal, hart zu arbeiten und du wirklich möchtest und du wirklich 100 Euro verdienen möchtest, dann denke ich, sollte es das übel wert sein, hier von morgens bis abends zu ackern und da ordentlich, ja, Artikel zu schreiben. Weil am Ende des Tages wird es sich für dich, und da bin ich mir sicher, auf jeden Fall lohnen. Aber gut, das war es dann für dieses Tutorial. In diesem Tutorial haben wir uns 6 unterschiedliche Wege oder sogar 7 unterschiedliche Wege uns angeschaut, mit denen man online Geld verdienen kann. Es sollte dabei vor allen Dingen darum gehen, dass du als Schüler 100 Euro am Tag verdienen kannst. Ich kann dir nur sagen, mit den meisten von diesen Strategien habe ich persönlich selbst, also habe schon mehr als 100 Euro am Tag verdient. Und das auch als Schüler. Du siehst, ich bin relativ jung. Ich beginne jetzt mein Universitätsstudium, habe gerade mein Abi gemacht. Und ich meine, wenn ich das kann, kannst du es auf jeden Fall auch. Deswegen viel Erfolg. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Aber bis dahin, vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Tutorial angeschaut hast. Und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder sehen.